Herzlich Willkommen im Denderas Mallorca-Journal. Ich möchte mich gerne erst mal vorstellen. Ich lebe und arbeite auf Mallorca. Hier befindet sich mein Beratungsinstitut. Ich möchte gerne Ihnen aber auch Bilder zeigen über Mallorca. Diesmal befinden wir uns im Port Alcudia in Yachthafen. Und hier ist Yachthafen sichtbar. Dieser Weg führt dorthin. Die Kinder haben riesen Spaß. Hier kann man auch Bootführerschein machen. Hier ist der Eingang zum Yachthafen. Da gibt es auch schöne Geschäfte und Cafés. Viele Gastronomie. Und es gibt auch schöne Autos. Wieder der Eingang. Und von hier aus ist ein schönes Blick auf dem Meer. Hier sitzt man auch ganz gemütlich. Diese beiden Jungs haben uns gefragt, ob wir Lust hätten mitzufahren. Zum Glück haben wir Nein gesagt. Sie sind nämlich aus dem Boot gefallen. Wieder ein Blick auf das Meer. Es ist wunderschön hier. Ich lebe auch hier. Ich wohne in der Nähe von Alcudia. Und hier ist auch mein Beratungsinstitut. Diese Jacht ist zum Verkaufen. Und hier sind auch schöne Geschäfte. Und auch schöne Ja. und hier sind auch schöne Geschäfte. Und hier bin ich auch hier in der Nähe von Alcudia. Und hier sind auch schon viele interessanten. Hier haben wir einen Aufmerksam? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020